Hallo liebe Leute, was geht? Hier ist der Gusua wieder. Gestern ging es ja ordentlich ab mit der Verlosung von der 10 Euro iTunes Karte. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, also ich gehe mal davon aus, es soll eigentlich sowieso im Bereich Alex heißen, weil ich habe auf Instagram ihm dann nochmal geschrieben und da hieß er eben auch mit X vorne und da dachte ich mir, naja, das wird bestimmt Alex heißen. So, und zwar, ja gute Frage, wie viel Jupp auf YouTube Abonnenten hat, gute Frage. Jetzt gucken wir mal hier, ob hier noch ein Schweinchen fertig wird oder ob die Bogies hier das Rennen machen, aber sollte eigentlich auch egal sein, nee, wir warten noch kurz, wir warten noch kurz, 303, immerhin. Hey, ganz ehrlich, 303, das ist schon eine geile Nummer. Da hat man schon mal diesen ersten Step hinter sich auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, was hier sonst so geschrieben wird. Das interessiert mich nämlich auch mal. Achso, nebenbei gucken wir mal, ob wir eventuell noch ein Fight hier rauskriegen. Könnt ihr sein Gold von Patrick? Ja genau, den lassen wir einfach mal laufen und gucken wir mal, was wir hier noch haben. Respekt an beide und Gratulation, achso, das ging darum, da hatte der Schreber LP geschrieben, Respekt an beide und Gratulation, ging um diese Versöhnung mit Areto, was ich wie Satt eben auch ziemlich geil finde, dass sich das so geklärt hat. Ja, Maximilian schreibt, ja, bei einer Minute hatte ich bei dem Video, bei diesem Versöhnungsvideo, er gesagt, hier mit den Erdbeeren hier, als wäre noch morgen Tau dran, dann eher so, was zur Hölle? Ja, Männer staubsaugen nicht? Okay, also ich staubsaugen, also ich sauge Staub. So, das ist meine Aufgabe, ich konnte das auch als Kind absolut nicht leiden, muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Als Kind konnte ich das sowas von gar nicht leiden, dass mein Vater Staub gesaugt hat. Wenn ich das aber selber mache, ist das nicht das Thema. Das ist so eine typische Situation, vielleicht geht es manchen bei Autofahren so, dass sie nicht neben sitzen können als Beifahrer. Bei mir geht es mit dem Saugen so, das nervt mich total. Wenn ich das aber selber mache, ist das ganz chillig. Also das läuft auf jeden Fall. So, alles Gute, Jusore, ja, das haben natürlich viele geschrieben, vielen Dank dafür nochmal. Ja, Geburtstagswünsche. Schauen wir mal, was hier noch so geht. David Driske schreibt, Guzoa, dass du eigentlich keine Kopfschmerzen hast, wundert mich. War deine Party so langweilig? Nee, das ist einfach die Sache die gewesen. Ich habe ja wirklich am Donnerstag hier auch gesessen und habe halt wirklich Videos aufgenommen. Das heißt also, ich habe am Donnerstag nicht gefeiert oder sowas. Es ist ja auch nur der 30., wa? Nee, also ich sehe das grundsätzlich nicht so eng. Also das ist eben, wenn man was jünger ist, klar ist das immer noch was anderes, da haut man auf den Putz und so. Aber das ist bei mir so nicht mehr der Fall. Aber da muss ich auch erstmal wirklich sagen, Respekt und vielen Dank an meine Frau. Die hat da nämlich nochmal was organisat. Ah, genau, haha, gut, dass ich das mal... Da kommen wir gleich zu drück drauf. Kleinen Moment, ich muss mir mal aufschreiben. Da habe ich doch einen fetten Geburtstagskuchen bekommen. Das lief auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das war ziemlich, ziemlich geil. Also da hat sie mir eine Überraschungsparty organisiert. Und da habe ich mich natürlich megamäßig gefreut. Auf jeden Fall, ganz klare Sache, würde der Gusur jetzt sagen. Hoho. Ja, das ist ziemlich geil gewesen. Holy moly. Das ist auch nicht schlecht. Also so ganz verkehrt ist das nicht. Ich meine, wenn ich mir das Gold angucke und wenn ich reinkomme und dann das Gold zerfetze... Mensch, Kinder, dann geht es mal richtig ab. Da kriegt er richtig Eierflattern. Yeah. Ja, doch, hier gucken wir mal gleich, was geht hier, oder? Let's have a look where the frog has the locken. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt gehen wir mal von hier aus rein und hoffen, dass er nichts weiter hat. Wir gehen hier rein mit unserem Schwein. Oh, das sieht... Ja, da ist gut. Aber hier ist... Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt noch was gebracht hat. Gucken wir gleich mal. Wir gehen hier mal rein. Das ist natürlich sehr geil. Yeah. Die Schweine. Yeah, das ist doch ziemlich geil. Guckt es euch an. Da haben die Schweine einfach mal den King weggelockt. Und der King hat sich gesagt, Yeah, wir machen eine Party bei der Queen. Und die Queen sagte sich, Yo, geht klar, Junge. Aber dafür wirst du jetzt gekillt. Mann, das ist ziemlich geil. Also da kann man schon mal um einiges an Zeit sparen, ganz klar. Dafür sind die Schweine halt mega genial. Jetzt rennen wir hier außenrum kurz. Machen hier wirklich das platt, was halt hier noch so ganz, ganz easy halt an Punkten hier zu machen ist. Hier so ein Zeugs hier, wo ich halt mit der Queen dann eher länger sitzen würde. Und jetzt haben wir natürlich noch unsere anderen Troops hier. Ja, geil. Läuft auf jeden Fall. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und sollte aber auch, sollte auch ganz gut laufen. Also ich denke mal, die Base war ja jetzt auch wieder nicht der Knüller. Also jetzt ist ja nicht so, dass man sagt, Oh Mann, ich habe hier ja übelsten Max 9er oder sowas gethrestart. Alter, sind die CB Troops weg? Oder war es okay? Ist ja fast ein bisschen schade. Ja, hier ist nicht das Thema, aber ich glaube, die Zeit wird das Problem. Junge, die Zeit. Wir haben sie doch nicht. Da muss ich jetzt gucken. Da muss ich mir jetzt clever anstellen, dass die jetzt eventuell, wenn sie da außen rumläuft, dass ich dann halt noch irgendwie, ich muss Zeit gewinnen. Ich muss Zeit gewinnen und ich hoffe, dass die genau läuft. So, und jetzt hier noch schnell hier so hin. Und der Queen vielleicht noch ein bisschen was helfen. So ein bisschen Support geben. Renn weg, renn weg. Also ich meine, der Angriff hat sich gelohnt, so ist das nicht. Aber es hätte natürlich definitiv besser laufen können. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, mit den Schweinen ist es ziemlich cool. Aber da muss ich echt, mit dem Heal muss ich definitiv noch schauen, dass das besser klappt. Ja, jetzt. Und ja, komm, jetzt hauen wir sie noch wirklich noch mal raus. Jetzt rage'n wir sie noch mal, dass sie hier noch mal das Dunkle klar macht. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde mal ganz klar sagen, das Ziel ist wirklich ganz knapp verfehlt worden. Fast der gesamte Loot. Also das ist schon in Ordnung. Und dann lohnt sich so ein Ding halt auch. Dann kann man sagen, yeah, war doch vollkommen okay. Und das ist aber auch, das wird versehen wollen. Klar. So, ich habe jetzt gemerkt, wir hatten natürlich wieder zu wenig Heiler. liegt daran, dass ich hier jetzt gerne auch noch einen ausbilden würde. Zack. Und dahinter dann die Bogies. Und das passt so weit. Das ist okay. Na, nicht zu viel. So. Immer schön langsam. Nicht drängeln. So. Ich habe wieder irgendwelche komischen Sachen im Kopf. I don't know. So. Passt. Läuft. Ja, ihr schickt euch Kick-Anfragen. Das ist okay. Ich haue hier nochmal eine Anfrage raus. Das läuft doch. Das ist doch ganz nett. Also wenn man sich das anschaut, das sind, so eine Sachen möchte man haben. Klar. Und dann läuft das hier. So, jetzt liebe ich den Clan nochmal ganz dreist. Also wir sind auch nicht gerade im CW. Habe ich zumindest gerade reingeschaut vorher. Ich bin der Meinung der CW. Ja, so viel dazu. Aber ich bin nur Kriegszuschauer, weil ich halt auf Rot war. Passt also. Kein Thema. Farmen. Farmen kann man aber auch sehr gut mit einem Schwein. Weil lebt ja auf der Farm. Also ganz ehrlich. Ist ja wohl mal ganz klar, oder? So. Danke. Kein Thema, Junge. Kein Thema. So, verlassen. Und wir gehen in One Million Loot Clan rein. Gucken wir mal. Es war ja gerade kein Update oder sowas. Von daher sollte das jetzt richtig gut rocken. eine richtig schön. Na man kann nicht sagen unterlevelte. Also man kann sagen eine schöne Townhall 8 Base, die nicht gemaxed ist soweit, aber wo man keinen für irgendwie steinigen würde oder sowas. Also das passt. Das ist in Ordnung. Aber der hat im Normalfall, wenn man mit dem Drachen halt alles richtig anstellt, keinerlei Chance. Also da ist ganz klare Sache. Da läuft das hier. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich werde hier wieder Mail-mäßig ordentlich versorgt. Also ich habe natürlich auch nebenbei noch das Mail-Programm offen, um halt euch auch noch ein paar Kommentare vorzulesen. Genau, das gönnen wir uns jetzt hier einfach mal den Angriff und dann gucken wir mal weiter, was mir noch so geht. So, mach weiter so. Ja, Inscope85 hat geschrieben, mach weiter so. Cool, dass du den Stream hochlädst. Ja klar, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit irgendwo, weil wenn jemand wirklich nicht beim Streamen dabei sein kann und es schade halt einfach, dann kann man ihn wenigstens so anschauen. So, gucken wir mal. Mach doch Twitch. Ja, das höre ich immer wieder. Wie gesagt, ich bin auch echt am überlegen. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich halt wirklich wieder zu Twitch wechsle im Streaming-Bereich. Aber sind wir ganz ehrlich, das bisschen, was ich streame, ist halt noch nicht so viel. Wenn, wie gesagt, das noch mehr läuft, dann gucken wir mal, dass man ja eventuell auch wieder zu Twitch wechseln würde. Faktisch ist es aber definitiv so. Weiterhin, so wie bisher, würde ich dort auch keinerlei Spenden haben wollen. Da ist es wieder so, also da sage ich nicht, naja, wenn ihr mal ein bisschen was locker macht, dann könnten wir darüber reden. Nein, sowas gibt es bei mir nicht fertig. Ich will euer Geld nicht fertig. Und das bleibt auch immer so. Also da kann man mich auch in zehn Jahren dran fest nageln. Ich will nicht, dass ihr mir hier Geld spendet. Wie gesagt, wenn man wirklich später über irgendwie Merch-mäßig irgendwie was redet, ist das was anderes, wenn man da wirklich eine Gegenleistung für bekommt und nicht einfach nur so, oh ja gut, okay, ich habe hier mal so ein bisschen gespendet. Aber auch da ist es halt so, dass ich dann sagen würde, wenn mich jetzt, was weiß ich, Hersteller XY oder sowas sagt, ey, pass auf, wir machen dir hier Shirts oder wie auch immer. Und wobei ich auch wirklich sage, sowas meiner Meinung nach ist auch erst in meinen Augen sinnvoll, wenn man so irgendwie 100k Subs hat oder so. Also da denke ich, ist da bei mir nicht wirklich viel los momentan. Und dann passt das. Nee, aber wie gesagt, selbst wenn das so wäre, dass ich jetzt sagen würde, gut, okay, ich habe hier jetzt irgendwie einen Deal mit irgendjemandem am Start. Der würde sagen, was weiß ich, ich kriege, ich kenne mich da nicht aus, was weiß ich, 20% vom Gewinn oder sowas. Dann würde ich halt sagen, ey, gut, okay, pass auf, mach mal nicht 20% vom Gewinn, sondern mach mal 10% vom Gewinn und mach mal 10% für die Subs Rabatt. Fertig, aus. Ganz einfach. Dass ihr da halt eben nochmal zusätzlichen Mehrwert drin habt. Weil wie gesagt, klar ist Kohle cool. Klar setzt man sich auch zum Arbeiten hin und wie auch immer. Und die Arbeit in YouTube ist natürlich auch was, klar. Ja, logisch, aber ich fange nicht an und sage dann, ey, gut, okay, hier komm, jetzt ziehe ich die Subs ab. Auf keinen Fall. Nochmal Glückwunsch zu 20k Abos. Vielen, vielen Dank. Fabian Knapp hat geschrieben, lässt du einfach eine volle Miene in der Elfer liegen. Ja, habe ich dann wohl vergessen. Kann passieren, kann passieren. Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Vorteil natürlich wieder. Geiles Ding. Queen ist gleich wieder back am Start. So wie Tobi. Der ist ja auch öfter mal back am Start. Und ich finde die Ausdrucksweise richtig cool. Also so dieses, ja, man hat halt so, er hat halt so sein, sein Stil, beziehungsweise auch sein, sein Intro sozusagen davon. Und dann passt das. Das läuft. Ansonsten, ach so, ich würde gerne nochmal zusätzlich, würde ich einfach mal gerne ein Video drüber machen. Das, das schreibt mal bitte in die Kommentare rein. Welche COC-YouTuber kennt ihr? Ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal, oberhalb der 5K-Grenze. Oberhalb der 5K-Grenze. Es geht wirklich rein nur um die Deutschen. Dass man halt wirklich mal sagen kann, gut, okay, man macht jetzt mal ein Video, in dem man wirklich alle erwähnt. Und das vielleicht, dass man auch mal über den Tellerrand guckt, was weiß ich, ein Kumpel von dir, der guckt die ganze Zeit, was weiß ich, Clash with Martin und sagt, oh, der ist total cool, der ist total cool, du kennst den gar nicht. So, und durch dieses Video lernst du vielleicht Clash with Martin kennen und denkst dir, Martin, der Guzo heißt auch Martin, vielleicht eine coole Nummer. Nee, also ihr wisst, was ich meine, dass man einfach im deutschen Bereich dann noch ein bisschen ineinander greift und vielleicht kann ich einem dadurch auch nochmal helfen, dass er ein bisschen höher kommt, kann ja alles sein. Also wie gesagt, so ab 5K, die deutschen YouTuber, COC, Clash Royale nicht, geht jetzt wirklich nur um COC, würde ich gerne mal wissen. Und dann auch gleichzeitig noch, ob derjenige dann halt noch COC aktiv spielt oder ob er mehr CR macht. Das wäre auch nochmal eine richtig, richtig interessante Sache, dass man das halt so ein bisschen gegenüberstellen kann. Das soll es dazu gewesen sein, jetzt habt ihr erstmal eine ordentliche Aufgabe, Leute, so muss das. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.